Hallo, liebe Deutschlernende! Dies ist ein Update bezüglich des Coachings. Ja, viele von euch sind am Coaching interessiert und ich finde das total super. Und viele von euch haben auch die Fragen beantwortet. Also, ich habe euch einmal einen Link geschickt zu einer Umfrage und dann auch euch gebeten, drei Fragen zu beantworten, die euch so oder so helfen werden. Egal, ob ihr nun das Coaching nehmt oder nicht, denke ich, es sind sehr wichtige Fragen, die man sich im Leben stellen sollte. Und das ist für die, also wenn du nicht weißt, worüber ich spreche und interessiert bist am Coaching. Ich habe eine Seite gemacht, authentic-german-learning.com-coaching. Und wenn du dich da einträgst, dann bekommst du eine Reihe von E-Mails von mir. Mehrere E-Mails verteilt über mehrere Tage. Ich will euch nicht überwältigen mit ganz vielen Fragen und so. Deswegen mache ich das ein bisschen langsamer, damit ihr nicht gleich ganz viel Informationen auf einmal habt. Aber ich bitte euch in diesen E-Mails eine Umfrage auszufüllen und auch drei wichtige Fragen zu beantworten, die meiner Meinung nach wichtig sind, so oder so, ob es nun zum Coaching kommt oder nicht. und ich möchte meine Wertschätzung auch ausdrücken, wie ehrlich und offen ihr seid. Und das gibt mir sehr viel Hoffnung bzw. das freut mich total. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, Coaching mit euch zu machen, weil ihr echt eine ganz schön tolle Gruppe seid. Ihr seid echt ein total tolles Publikum und ich freue mich, euch als mein Publikum zu haben. Ich versuche mit diesen Videos auch die Besten der Besten zu finden. Ich möchte das auch so machen, dass in dieser Gemeinschaft, die wir hier aufbauen, in der Authentic German Learning Gemeinschaft, ich möchte versuchen, von allen Leuten, die Deutsch lernen, die Besten abzugreifen. Ich möchte eine Gemeinschaft von Deutschlernern schaffen, die halt sehr interessiert daran sind, nicht nur ihr Deutsch zu verbessern, aber auch ihr Leben und glücklicher zu werden und bessere Gewohnheiten zu haben und erfolgreicher zu sein und all sowas. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich mit dem Coaching, weil eben eure Antworten so extrem offen und ehrlich waren. Das finde ich total super. Und für die, die jetzt noch geduldig warten, wann es endlich losgeht, es ist nur eine Frage von ein paar Tagen. Und dann starten wir die ersten Coaching-Test-Anrufe. Wir werden erstmal schauen, wie wir zusammenpassen. Ich möchte auch sicherstellen, dass wir beide gut zueinander passen. Also, dass ich dir auch viel geben kann. Denn ich möchte wirklich nur Coaching machen, wenn ich auch das Gefühl habe, ich kann dir etwas geben. Und das ist wertvoll für dich. Wenn es nicht klappt, wenn wir nicht zueinander passen, dann ist auch gut. Dann haben wir vielleicht eine halbe Stunde miteinander geredet oder eine Stunde und dann trennen wir, also dann sagen wir, gut, das war das und machen wir einfach weiter. Oder es klappt. Wie ich denke, meiner Meinung nach, 99 Prozent der Fälle, denke ich, wird es klappen. Keine Probleme. Und dann steht wirklich Coaching nichts mehr im Wege. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht nur vielen Dank fürs Zuschauen dieses Videos, sondern vielen Dank fürs Zuschauen ganz allgemein. Danke, dass du Teil meiner Gemeinschaft bist. Teil unserer Gemeinschaft bist. Teil der Gemeinschaft bist. Und jetzt mache ich mal Schluss, besonders jetzt wird es wieder windig. Der Wind, der Wind. Nun gut, vielen Dank fürs Zuschauen und wir beide sehen uns morgen. Tschüss.